hier ein stummelstein. ein stummelstein? guck mal den kann man hoch und runter machen. was bringt das? einfach kraft unter beweis stellen. wie man das noch macht. schwanz vergleicht. ne weiß ich nicht. brett. und das brett bringt jetzt ja auch nichts. kann man das da oben drauf tun. so. tu. dat bringt's. boah. der armer. das habe ich gemacht. das war ich. ich habe feuer gemacht. ich habe feuer gemacht. der popel ist aus mir rausgekommen. das fällt aber runter. und auf dich drauf. ne ich bin total schnell. ja weiß ich nicht. das verstehe ich nicht. das sieht gefährlich aus. hier muss der panzermann dran. ne warte mal. stell da mal einen würfel drauf. wäre das ding nicht auf der rolle, dann wären wir jetzt schon in dieser höllenmaschine gelandet. wie bei saw. mach doch mal einen würfel. habe ich jetzt eigentlich charge noch? nö. du hast ja gesagt das wäre nur poser und das braucht man nicht. ja ich wollte aber gerade posen. so. ja. jetzt würfel. geht doch weg. man. schreist noch würfel und stehst im weg. deine mutter steht im weg. dem. hier drauf. jo. hier zack. bist du schon mal oben. jupala. heppa. ne. oh. fall da runter. ja es ist besser als ich da aufzuspieße. oh. ach du kacke. ach du. jetzt haben wir. oh hier Pfeil ins knie. alter der dicke. der war instant tot. der junge. der gute. was soll ich jetzt machen? der zauber meister. was kann der denn? bin auch tot. jo. ich stehe hier und. ne. ich hab Schiss. bis hin. nooo. ich bin tot. ist gut. ich nehme den affen und. ne guck mal. kämpf mit deinem jungen freund. oh nein. ich bin tot. scheiße. was soll das denn? gibt es da ne taktik oder ist es einfach. ja. 100 leben verballern. geh mal bitte an den. ja. ja. ja dann geh da unten hin und mach den platten. ich schieße Pfeile. ja wie denn? der haut mich doch kaputt. hier guck dir den an. alter. noch hast du voll ap. ab geht's. ich stell mich auch grad richtig gut an. so. mach mal mit. so. jetzt hab ich mich grad nicht angestellt. wow. hä? wo bin ich? ich sehe mich nicht. alter. oh. ja. wir machen den platten. komm. gemeinsame kräfte mobilisieren und so. fuck. und Pfeil. wuuu. tot. Pfeil. das war mein Pfeil. das war mein. stimmt mein Pfeil. da. dein finisher. so. hebel. ah hier. saukopp. aber mit diesem controller kann man voll scheiße zielen. guck mal. ist überhaupt nicht stufenlos. nicht so wirklich cool. hoch zur seite. ist das nur bei dem oder ist das bei dem anderen auch? ne. bei dem xbox controller ist das geiler. wir haben hier den billig. ich hab den billig scheiß wieder hier ab. was heißt hier wieder. letztes mal hattest du den xbox controller. ja. ja. meiner sagst du. meiner. meiner ist das. wir haben wir uns zusammen gekauft. ne den hat nils bezahlt. also erstell. hörst gar keinen. so wie kommen wir jetzt weiter hier. Prost. oh ja da ein hebel. zack hebel. ja den hab ich doch eben schon gezahlt. ja. war aber doof. jetzt ist das besser. geht er wieder runter jetzt oder? ja. also ich bin jetzt schon hier oben. und du? oh jetzt bin ich wieder unten wegen dir. weil du zu langsam warst. nio 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 nio. ist so schlecht. ach man. wie soll ich das denn? jetzt warte mal. ja ich warte. ok. bist mein schatz. ich warte auf dich. oh. so. jetzt mach weiter. ach so das war so geplant. ok. ach du. ach da oben ist so ein ding. yo great. wonderful. zieh an dem ding. zieh am hebel junge. hm. junge. mach junge. der dir den hebel nicht zieht. ne. wo war das nochmal weg. ich weiß es nicht. še atze. varied. war das das mit dem jahrmarkt. ne. ne es war mit dem dicken jungen. mit cedrick. ja tona wasteent. also was hat er da erzählt. weiß ich nicht. ja das war doch cedrick. er war doch mit seinem dicken jungen die auf dem jahrmarkt. cedrick ist der dicke Junge. jaja. der war mit der mutter da oder nicht. Und wo hat er den Hebel nicht gezogen? Ich weiß es nicht. Im Karussell. Also war es doch auf dem Jahrmarkt. Ich weiß nicht, ob es Jahrmarkt war. Im Karussell wurde so hoch und runter und im Kreis, wo man den Hebel ziehen muss, um hoch zu gehen. Ah, ja, ich erinnere mich. Mann, jetzt komm doch mal hier hin. Ich schaff das nicht. Ja, der Zauberer ist tot. Ich fange an zu weinen. Schlecht getimed. Und schlecht gesprungen. Versuch's noch mal. Warte, ich warte jetzt so. Und los, 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 los. Schlecht gesprungen, ne? Der Dicke, der kann nicht gut springen. Ja, ich würde den Würfel drunter setzen, aber der ist tot. Der Würfel, er ist tot. Der springt so träge, das geht gar nicht. Guck dir das mal. Ich schaff das nicht. Komm, mach du alleine. Jo, jo. Geil'n Ding da. Ding Dong. Warum, warum? Warum? Ich stand links. Der hat mich verfolgt, dieser Schuss. Unsere Helden würden es sicher noch einmal probieren. Ja, natürlich, aber drück mal. Ich wollte nur hören, was der sagt. Ich dachte, er macht uns jetzt fertig. So, zieh am Hebel, ich mach'n Dings drunter. Na, dann bin ich ja... Na, egal. Was? Na, ich dachte schon, dann bin ich ja wieder unten und riecht wie hin hin. Achso. Oh, gut. Jo, bis, 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 bis. Mega fies. Gay. Ach, nee, das darf man nicht sagen. Sie sind schon alle wieder tot. Rüber, rüber, direkt rüber und springen, kack egal, die Kugel ist... Boah. Benutzen. Da stand an der Leiche benutzen. Mach mal. Nein, das war nicht die Leiche, das war der Hebel. Benutzt mich. Benutzt die Leiche. Och Mann, ey. Gut. Bösartige Geschosse. Spring gleich weiter. Wow. Ja. So. Kurz konzentriert. Was tust du denn? Möglichst viel Damage machen. Mach ihn tot. Lauf an die Kugel, ich bin tot. Jo. Dummerweise. So. Äh. Also das dreht sich, ja? Gut. Wow. 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 Das sind ja Sägedinger. Es ist... Figur wechseln. Du kannst jetzt noch den Magier, den... Verbrauch er. Ja. Hör auf zu schießen, Junge. Komm, hier an die Säge. Ey. Ich will dich an die Säge halten. Och Mann. Cool. Warte mal. Schwingt das von selber? Ja. Jo. Ist da. Aua, Sägeblätter. So, 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 so. Oh, oh. Das muss ich haben. Ich möchte ein Spiel spielen. Oh nein. Diese Sägeblätter sind nur ein Stück weit von dir entfernt. Und zack. Und... No. Ich könnte aus... Lerne dein Leben schätzen, oder du wirst als... Ich könnte zerrasten hier. Ja. Und... Boah. Grip-free Füße hier. Grip-Füße. Sandalen. Power. Mit Michelin-Säulen. Grip-free Füße hier. Oh. Wir kriegen gleich wieder ein Spielpunkt. Hier ist wieder so ein Wassersack. 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 Original Wassersack. Das fließt aber irgendwie komisch. Ja, hier und glitzert, da muss hin. Ja, ja. Ich kriege pack ans Blatt. Und das bringt nicht viel, aber ein bisschen auch nicht. Wenn ich da runtergehe vielleicht. Und wenn ich das jetzt... Schieß den Sack kaputt. Versuch's mal. Gut. Ja, toll. Mach das Blatt wieder zur Seite. Toll. Oh, Entschuldigung. Ich muss doch hier weg, sonst sterb ich. So. Bleib da einfach. Bleib da. Nee, da kommen die rein, aber keine Chance. Scheiße. Ähm. Ja. Ganz einfach. Fragen wir das Brett. Und noch ein Brett. Ein kleines. Nee. Papa, Brett und Kind, Brett. Komm, Großbrett. Tritt, Brett. So, Brett. Du weißt genau, was du zu tun hast. Jetzt kann ich das aber nicht kaputt schießen. Von dir auf die Blume. Gib ihm. Ja, gut. Nein. Nooos. Nooos. Komm, nochmal. Ich nehme das Brett und trage es dir gleich rüber. Das Wasser. Das... Ne. Warte, Brett, weiter zur Seite. Oh, ich muss immer dran denken, wo ich drehe und wo zur Seite. Oh. Oh. Der Tod ist, macht mir viel. Komm, ich trage das Wasser jetzt so geschickt darüber. Ja, ja, ja. Das muss doch reichen. Ja, schön. Supergeil. Ob das so vorgesehen war, weiß man nicht. Natürlich. Ich komme mir nicht hoch. Warte, ich muss hier auch hoch. Geil, ich bin in einem Baum stumpf verschwunden. Ich muss hier auch noch hoch. Ja, hopp. Einfach rüber springen, haben wir auch gemacht. Ne, hat der alte Mann geschaut, schafft auch du. Das geht irgendwie nicht, weil der... Ich sehe das nicht da, weil der Bildschirm zu weit rechts ist, weil du in den Baum stumpf steckst. Oh. Ja, ich steck so lange. Ich hole mir mal was zu trinken. Ja, ja, was zu trinken. Der will sich doch nur ein Bier holen. Auf zur Seite. Werde ich weggeschoben hier. Ja, was soll ich denn jetzt? Mann, da geht er einfach weg und der Bildschirm, der ist doch gerade... Oh. Jetzt bin ich zerschnetzelt worden. Nein. Warum steckst du in den Baum stumpf? Ich weiß doch gar nicht, wie ich jetzt... Du, ich komm hier nicht rüber. Echt nicht. Ich geh... Ich hab ich... Ich... Nee. Komm so nämlich nicht weiter. Ähm... Nee. Aber du steckst in den Baum stumpf. Ja, das ist ja gleich. Ich komm hier so nicht weiter. Ich muss mich erst mal wieder hinlegen. Im Liegen zocken. Da bin ich doch. Hallo. Huhu. Ja, und jetzt? Ach man, du bist so schlecht. Komm, ich mach dir einen Würfel. Dankeschön. Ja, nicht da chillen. Die Pflanze, die... dürstet nach mir. Nee, ich trag dich außen rum. Dreh den Würfel wieder gerade. So. Wir haben unsere Reise... Höhe, Betriebshöhe. Wie heißt das? Äh... Was ich auch nicht Reisehöhe oder so. Erreicht. Nee, das wollte ich nicht sagen. Wir haben nur... Ich dachte, wie im Flugzeug. Nee, ich wollte nur sagen, Reisehöhe gibt's. Mehr nicht. Oh, guck mal, wie schön das Wasser aussieht. Sieht aus wie... Wasser. Ja, es könnte Wasser sein. Sieht aus wie Alufolie. Das muss die Höhle sein, die Rosabelle erwähnt hat. Sie sollte uns zum Schloss führen. Schloss? Oh, ein Schloss. Dann mal rein, ne? Jetzt kommt ne Sequenz bestimmt. Oh, wir können was trinken. Als die Helden den dunklen Wald verließen, war ihnen leichter ums Herz. Rosabelle zufolge führte der schnellste Weg zum Schloss durch die höhlenartigen Tunnel. Der Weg führte nach unten, unter den Wald. So, jetzt müssen wir aber einmal ganz kurz ne Aufnahmepause machen, weil ich nicht weiß, ob langsam die Festplatte vollläuft. Ich hab die nämlich ewig nicht, ähm, entleert. Bis gleich. Tschüss. Tschüss.